Stegosaurus ist einer der world's most distinguishable Dinosaurier. Instantly recognizable by its two rows of upright dermal plates. These run all along its back towards the powerful spikes at the end of its tail. Das war das Stegosaurus Species Profile. Wir nehmen das aber natürlich nochmal etwas genauer unter die Lupe gemeinsam. Hier sehen wir zwei wunderschöne Exemplare. Und ich glaube, hier kann man das ganz gut erkennen mit den verschiedenen Farb- und Musteranpassungen. Der hier hat nämlich so eine relativ rütlich-bräunlich-dunklere Körperfarbe. Und der ist halt viel, viel heller. Ich glaube, vom Muster her sind die aber gleich. Also auf den Stacheln sieht es zumindest gleich aus. Allerdings ist die Farbe da ein bisschen unterschiedlich. Das hier ist helllila, das hier dunkellila. Also ich glaube, da werden wir echt viele Anpassungsmöglichkeiten haben. Ziemlich cool. Und ich glaube, dieser Baum, den haben wir noch nicht gesehen. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts Neues. Also das ist alles die Landschaft, die wir so schon gesehen hatten. Instantly recognizable by its two rows of upright dermal plates. These run all along its... Das finde ich super interessant. Also hier müsst ihr mal drauf achten. Ich habe das Gefühl, dass dieser Stegosaurus darauf reagiert, wie der sich bewegt. Also als der sich so dreht, zuckt er halt so ein bisschen mit dem Kopf und sowas weg. Das könnte halt sein, dass die so eine Interaktion oder so eine Animation miteinander haben. So sieht es zumindest so ein bisschen so aus. Achtet mal da drauf. Instantly recognizable by its two rows of upright dermal plates. These run all along... Habt ihr es gesehen? Also hier, wo er umkippt, zuckt er mit dem Kopf so ein bisschen zur Seite, weil er sich halt einfach darauf, äh... Oder darauf reagiert, dass der sich in seine Richtung bewegt. Also ein bisschen sieht es so aus. Da habt ihr es gesehen? Da ist dieses Kopfzucken. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass das wirklich eine Interaktion zwischen den beiden ist. Also dass die Animation wirklich mit beiden nur funktioniert. Sieht aber sehr süß aus. Sieht so aus, als wenn der so richtig verspielt ist. Oh, ich finde das niedlich, dass die so gemeinsam... ...so interagieren. Das sieht halt wirklich so aus, als wenn die interagieren. Also mega cool. Nehmen wir auch nochmal diesen Zaun mit dem Rot unten. Der ist ja auch... Ja, von der Form jetzt nicht neu, aber mit der Farbanpassung ist der neu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das hier dann... Ja, einfärben kann, in welcher Farbe man möchte. Ein bisschen anders sieht der Zaun aber aus. Diese Betondinger sind auch etwas höher, als die, die wir schon kannten. Also ist schon ein bisschen anders, der Zaun. Und da sehen wir das erste Mal, wie so ein Dinosaurier gegen den Zaun deppert. Hier ist auch noch ein Hotel übrigens. Sehr, sehr schöner Clip, muss ich sagen. Also wirklich tolles Spezies-Profil. Da lässt sich wieder viel daraus ableiten, denke ich. Also wenn ich das mir nochmal die nächsten Tage etwas genauer angucken werde. Also da kann man bestimmt noch einige Informationen rausziehen. Falls euch noch irgendwas aufgefallen sein sollte, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das Original-Video ist auch unten verlinkt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. D D D D Vielen Dank.